Vimex Climax ist frisch draußen. Wir haben schon die ersten verkauften Karten aus Japan. Eine sehr, sehr zuverlässige Quelle. Wir schauen uns mal genauer an die 10 wertvollsten Vimex Climax Karten und meine Meinung dazu jetzt in dem Video. Und somit heiße ich euch herzlich willkommen zu SeashLive, meinem Pokémon YouTube Channel. Lasst auf alle Fälle jetzt ein Like und ein Abo da, denn wir verlassen aktuell eine Vimex Climax Box auf Instagram. Und demnächst werden noch ein paar Giveaways auch hier auf YouTube folgen. Ja Leute, ich habe mir mal die wertvollsten Karten rausgepickt und bin ehrlich gesagt etwas überrascht, welche Karten in dieser Liste mit dabei sind. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, welche Karte eure Lieblingskarte ist und auch gerne warum. Ich finde, das hat sehr, sehr viele tolle Karten. Wenn wir mal hier schauen. Ich habe erstmal auf Cardmarket geschaut und ich muss euch ehrlich sagen, ich finde auf Cardmarket ist es sehr, sehr, sehr schwer. Wir haben hier zwar eine Reihenfolge, die Sinn machen könnte, klar, aber wir haben hier generell sehr wenige Angebote drinnen von zwei und wir haben auch keine verkauften Karten, weswegen das keinen Sinn macht. Aber Leute, ich lasse mich natürlich nicht lumpen. Dementsprechend habe ich mir eine besondere Quelle rausgesucht. Wir gehen gleich auf die JP-Karten an und auch hier irgendwelche Troll-Karten. Und was ich euch gleich sagen kann, war jetzt noch auf alle Fälle ein bisschen mit den Preisen. Zum Teil sind die Preise okay. Ich finde die Preise aktuell nur bei den Characters Secret-Ware-Karten okay. Bei den anderen Karten würde ich auf alle Fälle nochmal warten. Und auf dem zehnten Platz haben wir einmal hier das Golden Mew. Eine unglaublich gute Karte eigentlich, wenn man so mal drüber nachdenkt. Und diese Karte ist hier auf dem zehnten Platz. Ich hätte gedacht, die wäre wertvoller oder weiter oben in der Liste. Sie ist eine UR-Karte, Ultra-Rare-Karte. Ist nicht leicht zu pullen. Und diese Goldene Mew-Karte kostet, wir sehen es hier, 3780 Yen. Das sind ungefähr 29 Euro. Und das ist eine verkaufte Karte. Das bedeutet, das wurde umgesetzt. Von daher können wir das mit reinnehmen. Sehr, sehr gute Karte. Hat meiner Meinung nach viel Potenzial. Generell alle Black-Gold-Karten. Ich glaube nicht, dass wir sie bekommen werden bei uns. Würde mich nicht überraschen. Ich würde sie natürlich annehmen, aber ich gehe nicht davon aus. Dann haben wir auf dem neunten Platz einmal das Morpeco mit der Mani mit drauf. Diese Karte ist sehr, sehr interessant. Man muss beachten, Leute. Wenn ihr diese Karte pullt, dann habt ihr gleich alle vier Stück in einem Booster mit drin. Weswegen ich mir gut vorstellen kann. Die ist jetzt am Anfang sehr, sehr wertvoll. Weil viele unbedingt Mani haben möchten. Aber auf lange Sicht wird sie definitiv droppen. Hier mal ein kleiner Sneak-Peak von OKG-Loof. Und ihr seht hier ganz genau, interessanterweise ist der Part mit Mani am teuersten. Und die anderen sind halbwegs bezahlbarer. Und ja, ähm, oh, Spoiler, aber egal. Ja, diese Karte kostet, wir schauen mal rein, 3980 Yen. Und das sind 31 Euro. Das geht eigentlich, aber ich würde sagen, das ist zu viel für diese Karte. Auf dem achten Platz haben wir, ihr habt sie eben schon gesehen, einmal das Felinara. Eine sehr, sehr, sehr schöne Karte. Ähm, die Karte geht auf alle Fälle, wird auf alle Fälle sehr beliebt sein. Auch auf lange Sicht. Wir haben hier tolle Farben. Blau, Rot, passt sehr, sehr gut miteinander. Und mit der Arena-Leiterin auch hier dabei. Und preislich sind wir hier bei 4280 Yen. Und das sind einmal 33 Euro. Hier müssen wir aber beachten, Leute, dass eine CSR-Karte bedeutet, CSR-Karten sind eine pro Box garantiert. Wir haben noch Secret-Rack-Karten, das sind die Trainer-Full-Art-Karten. Die sind nur in jeder zweiten Box garantiert. Ich würde sagen, der Preis ist okay, aber kein Must-Have für mich jetzt. Ich würde auf alle Fälle noch warten. Verwacht erst mal das Eevee Heroes-Set voll, bevor ihr euch diese Karte holt. Und die nächste, kommt gleich mit dazu, ist einmal das Nachthara V-Max auch hier. Macht erst mal Eevee Heroes voll, bevor ihr euch diese Karte holt. Diese Karte sieht sehr, sehr gut aus und die liegt preislich bei 4480 Yen. Auch verkauft, also der Preis wurde realisiert. Und das sind 35 Euro. Auch eine CSR-Karte, wenn man es unbedingt haben möchte, gleich wie bei Felinara kann man machen. Ich würde eher erwarten. Ich finde diese Karte interessanter. Bisher der Kopf ist ein bisschen komisch, vielleicht ein zu langer Hals, schwer zu sagen. Aber trotzdem eine sehr, sehr gute Karte. Auf dem sechsten Platz haben wir einmal Mimikyu V-Max. Auch CSR, auch eine Karte, die nur einmal pro Display garantiert ist. Ob man es holt oder nicht, ist halt eine Geschmacksfrage, ob man sich schon darüber freut. Ich finde die Karte sehr, sehr gelungen. Die liegt preislich bei 4780 Yen. Das sind 37 Euro. Und das ist noch immer unterm UVP von einer Box. Das ist von daher, ist okay, kann man machen. Ich würde definitiv warten. Generell solltet ihr bei jeder Karte warten, außer ihr Pulse selber, weil die werden auf alle Fälle nochmal ein bisschen günstiger. Und ich muss sagen, dafür, dass wir schon so weit vorne sind in der Liste, geht das fit. Ich finde die Karte gut, wird ihre Fans haben. Aber ich finde die zwei Eevee-Entwicklungen vorher um einiges interessanter. Dann auf dem fünften Platz haben wir hier einmal das V-Max Pikachu mit Trainer Rot. Und ich finde das sehr, sehr interessant. Das sollte definitiv die oder eine der interessantesten Karten aus dem Set sein. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele tolle Artworks, die alle gut aussehen. Aber diese Karte hier ist eine CSR und die ist auch nicht immer garantiert. Die ist garantiert mit einer, aber es ist nicht garantiert, dass hier genau die pullt. Wir haben viele weitere CSR-Karten. Die hier bewegt sich preislich bei 5.780 Yen. Die ist sogar noch vorrätig. Da könnt ihr noch zuschlagen. Ich finde den Preis realistisch, weswegen ich sie da mit reingenommen habe. Und die kostet bei uns 45 Euro. Und der UVP sind meine ich 49,99 Euro für eine Box. Was die Karte eigentlich auch nochmal günstiger macht. Wenn man ein großer Pikachu-Fan ist, kann man es machen. Aber die wird auf alle Fälle noch droppen. Da werden auf alle Fälle noch ein paar CSR-Folgen. Irgendwie je nachdem die Pull-Rate ist. Aber definitiv eine der interessanteren Karten. Und bei mir ganz weit oben mit dabei. Die nächste Karte, die wir haben, Platz 4, ist nochmal das V-Max Pikachu in Black Gold. Und das ist eine unglaubliche Karte. Auch hier wie bei Mew. Must-Have meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass wir die bei uns in Deutschland sehen werden. Generell, global, deutsch, englisch, alle anderen Sprachen, nur japanisch. Das hatten wir bei Tag Team All-Stars GX genauso. Auch jetzt hier haben wir den gelben Akzenten. Die Karte liegt preislich bei 5.980 Yen. Und das sind 46 Euro. 46 Euro ist viel Geld für eine Karte. Aber das ist günstig. Das ist günstig für die, eigentlich würde ich schon sagen, die Signature-Karten. Ich weiß, das sind die Character-Rare-Karten. Aber das sind die Hingucker aus dem Set. Die einzigartigen aus dem Set. So ist die Character-Rare. Hatten wir schon mal bei Welten im Wandel. Und auch hier diese Karte. Sold-Out wurde tatsächlich für den Preis verkauft. Must-Have-Karte. Hier würde ich auf alle Fälle... Generell, ich wiederhole mich, Leute. Wartet bei allen Karten. Außer ihr wollt unbedingt eine haben. Dann würde ich sagen, gehen die Preise eigentlich schon fit. Wenn man damit einverstanden ist. Wenn man dann vielleicht 10 Euro zu viel gezahlt hat. Weil wer weiß, wie viel noch davon kommen werden. Dann haben wir auf dem dritten Platz einmal diese Karte. Und das ist die Lola. Wundert mich ein bisschen, dass eine normale SR-Karte so weit vorne ist. Aber wie eben schon gesagt, die SR-Karten... Hier unten steht es ja nochmal. SR-Karten sind nur in jeder zweiten Box garantiert. Was sie eigentlich viel seltener macht als eine CSR-Karte. Wodurch sie schwerer zu pullen sind. Ich finde das Artwork sehr, sehr schick. Wird definitiv seine Fans haben. Die Karte, ihr werdet gleich sehen, hat einen großen Sprung gemacht. Wir sind hier bei 10.800 Yen. Und das sind tatsächlich 85 Euro. Das ist ja fast das Doppelte eigentlich. Von einem auf den anderen Platz. Und ich bin so frei zu sagen, dass das zu viel ist. Und dass es overpriced ist. Viele wollen sie jetzt sofort haben. Die wird definitiv droppen. Auf wie viel Euro sie droppt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir haben etliche Waifu-Karten, die wirklich stabil geblieben sind. Sind hier zum Beispiel, die auch ein bisschen gedroppt sind, aber noch immer teuer sind. Wenn diese Karte, sagen wir mal, 20 Euro droppt, dann könnt ihr mit denen 20 oder 30 Euro euch tatsächlich sogar noch diese Gold Mew dazukaufen. Von daher würde ich auf alle Fälle warten. Auf dem zweiten Platz, eine Karte, die davor der erste Platz war, sind einmal die Galar-Freunde. Unglaubliche Karte. Es gibt die gleiche Karte aus der Ära vorher mit der Schwert- und Schild-Ära. Ich glaube nicht, dass die Galar-Freunde so viel Potenzial hat, weil man sie pullen kann. Die Karte vorher war eine Promo-Karte. Aber diese Karte hat durchaus viel Potenzial. Wir haben hier beliebte Trainer mit drauf und die kostet 16.800 Yen. Nochmal ein richtiger Sprung. 131 Euro. Das ist jetzt auch nochmal so das Black, Gold, Pikachu oder Mew. Je nachdem, wo man da ein bisschen sparen kann. Nochmal die Differenz dazwischen. Das würde ich jetzt nicht zahlen. Es ist eine SR-Karte und das macht die Karte wahrscheinlich so unglaublich begehrt und so selten. Weil die sind nur in jedem zweiten Pack-Box drin. Und ob man genau die pullt oder irgendeinen anderen Trainer als SR. Das ist halt sehr, sehr viel Glück. Ihr müsst sie erst mal pullen und wenn ihr es dann pullt, dass ihr noch eine SR pullt. Von daher, sie hat auf alle Fälle viel Potenzial. Sie wird, glaube ich, schon ein bisschen günstiger, aber ich weiß nicht, ob da viel Luft ist. So, bevor wir zum ersten Platz kommen, haben wir noch ein paar Karten, die ich persönlich sehr, sehr gut finde. Wir haben hier einmal das Sashian V mit Pop drauf. Ich finde die Karte super schön. Wir gehen gleich auf die Preise noch ein. Die ist einfach, das ist Kunst. Das ist wirklich Kunst. Die nächste Karte ist Black Gold Requaza. Ihr habt gemerkt, hey, die ist ja gar nicht hier dabei. Wundert mich persönlich ein bisschen. Ich denke, die Leute sind jetzt erst mal scharf drauf, sich die ganzen SR oder CSR-Karten zu holen. Und die Karte mit Pikachu und Mew, viel, viel Potenzial. Ob die Uliwus und der Knappenreiter auch so viel Potenzial haben, würde ich eher sagen, eher weniger. Das sind so die drei Karten, die sollte man definitiv holen. Da gehen wir auch nochmal gleich auf den Preis ein. Und noch eine weitere Karte, eine CHR. Das sind die Karten, die ihr drei bis vier Mal pro Box bekommt. Das ist einmal N mit Zagrom. Und ich finde diese Karte unglaublich schön. Auch pure Kunst eigentlich schon. Sehr, sehr schön bezahlbar. Da warten wir auf alle Fälle, bis er günstiger wird. Ich erweitere, dass die CHR-Karten auf 2-3 Euro droppen. Da wird es ein paar Ausnahmen geben. Das ist vielleicht mehr kosten. Die hier wahrscheinlich. Aber die ist sehr, 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 sehr gut. Auf dem ersten Platz eine Karte, bei der ich überrascht bin. Aber wiederum auch nicht, dass er da drin ist. Das ist eine Waifu. Ja, sie ist hier drin. Wir haben hier einmal Lila aus der Stadt Elysis von der vierten Generation. Das ist die Stadt, in der Cynthia's Oma ist. Und diese Karte ist mit Abstand die wertvollste. Also eher mit Abstand. Es ist schon eine kleine Differenz zu den Galar-Freunden. Die kostet dann 18.800 Jens für den Preis, wo das so verkauft. Das sind 146 Euro. Da ist hier eine Differenz. Mit dem Geld könntet ihr euch theoretisch noch ein paar CHR-Karten holen. Das ist zum Beispiel jetzt einmal N, den wir gerade eben hatten. Und ja, diese Karte ist sehr, sehr wertvoll. Kann ich auf alle Fälle verstehen, warum. Waifu-Fans wollen sie haben. Buntes Artwork, kein Rainbow oder sonstiges. Man hat Farbe, das passt so direkt an viel besser. Und sie ist auch ein bisschen knapper angezogen. Das sind so alles Hinweise darauf, dass die Karte wertvoll wird. Ob sie sich preislich halten wird, sehr, sehr schwer. Ich würde hier das gleiche Urteil geben wie bei ihr. Kann passieren, kann aber auch gut sein, dass sie sich halten wird. Weil Waifu-Trainer-Fullart-Karten werden immer beliebter und beliebter. So viel dazu. Ich bin gespannt, wie ihr das so seht. Was sind denn eure Favorite-Karten? Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, das war für euch informativ und hilfreich. Ich sehe Videos ein bisschen länger. Aber lieber so, dass wir mal auf alle Karten eingegangen sind. Ich werde euch den Link in der Videobeschreibung verlinken. Verlinken, ja. Dann könnt ihr es euch nochmal selber in Ruhe anschauen. Dann sind wir durch mit dem Video. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann und ciao. Bis dann.